Viele verschiedene Arten von Musik heute, die man normalerweise gar nicht auf einer Bühne versammelt findet. Aber hinter der Bühne findet eine ganz intensive Kommunikation statt. John Hyatt hat gerade Steve Winwood getroffen, zum ersten Mal, obwohl Steve Winwood auch einen Teil des Jahres in Nashville lebt. Da sind sie sich noch nie über den Weg gelaufen. Jetzt spricht Steve Winwood mit Reeve. Also wir wollen ja nicht kategorisieren. Heute gibt es viele verschiedene Arten von Musik, die eben halt einfach nur dadurch verbunden sind, dass sie gut und interessant sind. Und jetzt ein Trio aus San Francisco, Primus! Ich bin auf einem Trio aus dem Trio aus! Ich bin auf einer Bühne, die eben keine Kürte sind. Ich bin auf einer Bühne, die ja nicht kaffee, die eben nicht kaffee, die ganze Kürte sind. Ich bin auf einer Bühne. Ich bin auf einer Bühne. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020